Und herzlich Willkommen zu Part 2 des Legenden Auftrages. Sommerferien, Vorsicht ist geboten an. Das ist der zweite, den ersten habt ihr ja quasi gestern schon gesehen. Auf geht's! Ahhhh, das Wetter ist so nett. Es fühlt sich noch als Paimon träumt. Oh, guten Morgen! W-wuh? Was ist mit allen Klauen? Also, wie sehen wir? Wir haben in Sommerferien geändert. Obwohl wir hier nicht gekommen sind, um Spaß zu haben. Wir wollen nicht auf einem schönen Sommerferien bei dem Seat ausreißen. Äh, das sieht nicht weirut, oder? Suche Licht und Sommerferien definitiv nicht zu mir. Äh, Entschuldigung. Also einfach nur spielen, durchspielen, blablabla. Dann bekommt ihr den. Gene müsst ihr kaufen. Kostet Geld. Nee, echt. Danke, Traveler. Da sind Sie so verrückt, Master Gene würde sehr, die Sommerferien selbst packen. Oh, haha! Äh, nein, meine große Hörgüter nicht wizern würde diese zu verabschiedern. Lise und ich zähle sie nachher. Blurting out Big Sister and not even realizing it? Barbara's drunk on summer already! There's quite a story behind these summer clothes. I thought Lisa's pouch was to be used for an emergency. I didn't expect it to contain a set of summer clothing. All these accessories, too! Definitely Lisa's handiwork! Everyone in the Knights of Favonius is always trying to have me take leave. I suppose I do push myself too much. Everyone! Come over here! That's Klee's voice. I saw something weird! Huh? What's going on? What do you mean by something weird? Look at the ocean! See? There's something weird floating on the water! That narrow device... It seems to be a buoy. But we didn't see anything when we arrived here yesterday. Huh? Dodo-King must have put them there! Strange devices that just appear overnight? Something doesn't add up! Well, since he hasn't revealed himself to us, does that mean he's changed his mind? Or maybe... Maybe these buoys are a clue and he's waiting for me to find him! So could that be why these buoys have suddenly appeared? Leute, let's just look at them! Let's just look at them! We won't solve anything by guessing unsure! Is it okay to go out there though? Perhaps. But we must investigate the buoys regardless. It's hard to say what we'll be waiting for us at sea. Just in case prepare yourselves for combat. Once you are ready, please assemble here and we'll head over on the boat together. Hey, hey, Jean! Auf geht's! Uh, not at all. This is... just my duty. Now then. I'll entrust the preparation efforts to all of you. Okay, that's... Seid ihr bereit für den Kampf? Glee ist immer bereit für den Kampf. Es explodiert alles, wo sie hinguckt. Hm. I need to bring Jumpy Dumpties, Dodoko and myself! Wegen des Summers. A good summer, but not just summer. I also like fall! Oh yes! And I also like spring! And winter! Even though winter is very cold, I have Jumpy Dumpties! Whenever I feel cold, I blow something up! Hm. Ich mein legitim. Hm. I need to bring Jumpy Dumpties. Wegen der Bojen. He must have placed those things in the ocean. He's a bad guy. But I will bravely face him and do my best for Dodoko. Mr. honorary knight, thank you for helping me. Wie er runter auf Glee guckt. Die gucken alle runter. Naja. Jean, was läuft? What could those buoys possibly mean? Uh, uh, summer clothes. They're, uh, they were a surprise that Lisa prepared for me. My guess is that it was originally Barbara's suggestion. Barbara said that it's so rare for us to get a chance to come to an island, we should change into summer clothing to set the atmosphere. However, I'm not used to this style of clothing. Huh, I hope wearing this doesn't look too odd. What could those buoys possibly mean? These islands are... We were guided here by the letter. And with the assistance of Venti and Devalin. Everything seems a bit too serendipitous. I'm a little concerned. But I'm here to protect you all, so please don't worry. Come what may, I will face it head on. Hmm? Is there anything I can do? How do I look? Not bad, right? I wanted to surprise everyone, so I specifically chose an outfit, complimenting an island atmosphere. Oh, but please don't worry. Even if I'm wearing summer clothes, I'm still just as reliable in battle. That's what I can do. Is there anything I can do? Oh, I just want to say that the ocean here is beautiful. Sea and Sun. Oh, a summer dream come true. I really want to have a seaside performance. It would be amazing, I just know it. So, Jean, die scheinen alle bereit zu sein. Have you finished your preparations? Ja, ich bin bereit. Then let's head to the boat. Come on. mit dem da ganz hinten an. So ein Speedboat. Mal, wie das hochgeht. Gut. Genug gespielt. Kann man damit nicht wirklich viel machen. Okay, zerstören wir alle Bojen. Dann bin ich sehr gut. Pass auf. Das ist der letzte von ihnen. Kann der Dodo-Kling sein, nachdem wir sie alle brechen? Das ist der letzte von ihnen. Ist die Schlauchung stärker? Ruhig, zurück zum Meer. Die Schlauchung. Ruhig, zurück. Ruhig, zurück. Ruhig, zurück. Was ist passiert? Es sind ein ganzes Isländer. Was ist hier passiert? Wir haben einfach 50 neue Inseln. Das sind nicht unbedingt neue Inseln, aber die Inseln sind hochgefahren und haben quasi noch ein unteres Stück. Diese ganze Strecke der Lande rief einfach aus dem Wasser. Dodo-King, Dodo-King, ich werde dich holen. Sieht aus, dass Kreese so energetisch als immer. Bevor die Erde zu schlagen, hörte ich den Sound der Maschinerie. Ich glaube, dass da eine immense Mechanische Strecke unter dieser Region des Osten ist. Mit der gesamte Archipelago befinden sich auf eine Mechanische Framework, könnte es aktiv werden, um die ganze Island von unter dem Wasser zu erzeugen. Das wäre nichts außerhalb von einem miracle. Könnte es die Power der Anemo Archon, Barbados sein? Probably nicht. Mein Mann fühlt sich das eher eine Deliberante Setup. Es ist unglaublich, egal wie du es erinnerst. Sie benutzen eine Liste, um uns hier zu schlagen. Und diese Herausforderungen, die verschiedene Mechanismen betrachten. Der sogenannte Dodo-King ist kein Amateur. Ja, true. Ich meine, Barbados, also Venti, ich glaube nicht, dass er so maschinenaffin war. Er hätte ja viel generell mit Wind und all so Bums gemacht. Oh, da geht's die Holiday Mood. Hm. Also, ich werde mir gut, um zu bleiben vigilant. Wow. Master Jin ist so cool, wenn sie es determined. Danke für Ihre Verständnis. Ich habe ihn gefunden! Es ist Dodo-King! Er ist da, auf der Island. Die Inseln und Co. werden wir uns im Stream an gucken. Das ist quasi nicht jetzt Teil des... ...des Auftrags. Ne? Ich denke mal, das versteht ihr alle. Naja, und ich finde auch, die könnt ihr euch selbst angucken. Also, das ist was ganz Cooles. Das könnt ihr euch ruhig selbst angucken, das ganze Gebiet. So, da sind wir auch. Da ist ein krasser neuer Gegner. Einfach nur, falls wir das nicht beim ersten Mal schaffen, schalte ich kurz den Teleportationsweg frei. So, und hier sind wir auch. Und da ist ein interessanter... Ich nehme an, Gegner. Dodo-King, ich sehe dich! Du kannst, äh, ar-ar-ar-arbi-arbitrate! Right, du kannst Arbitrate Klee! Oh, was ist das Kind sagen? Sie obviously nicht verstehen, was diese Art bedeutet. Hey, Dodo-King, warum du mich ignorierst? Ist es, dass ich zu lange gemacht habe, dass du dich angst? Dann, ich bin sorry. Huh? Und jetzt ist sie schuldig? Ich habe das nicht gesehen. Hallo, Dodo-King? Dodo-King, es sieht aus, dass sie nicht interessiert sind, Klee. Dodo-King, es ist eine Art von Humanoid-Machin. Es gibt keine Antworten. Es muss sich verletzten. Oh, du kennst es? Nein, ich kann nur sagen. Es sieht komplett aus dem Platz auf dieser Island. Look at its clothes. Hm, es scheint, es kam aus Inazuma. Inazuma? Aber ist das wirklich weit weg? Ja, es wird auch zu den Maschinen passen unter den Inseln, wenn das denn so wäre. Es ist ein Fremder. Es scheint, dass es so ist. Diese Umgebung des Sees ist independant und ist kein Land, so sieht es sicherlich aus dem Platz hier. Aber given Inazumas current Situation, wie könnte etwas wie das passieren? An Abandoned Machine? Weird. Did someone bring it here? Oh no, Dodo-King isn't moving anymore. Klee, maybe Dodo-King is tired. Right, right. The Dodo-King is probably asleep. He was waiting so patiently for you, and then... Ah, nap time. Let's go with Klee to play elsewhere and come back once Dodo-King wakes up. Really? Of course. No, I get it now. This isn't Dodo-King. The real Dodo-King is somewhere else. Huh, is that right? I won't give up. Dodo-King, just wait. We'll find you. And there she goes. Again. Oh, she's got a lot of spirit. Klee, wait for us. Hm. Ich hatte gedacht, wir müssen den Instant, äh, bekämpfen. Prüfe meine Umgebung. Ordinary Knight, look here. Huh? What's this? Look at these stacked up stones and small flowers. It feels like a memorial for someone. Ja, also, das ist eine Bischöfin, natürlich erkenntest du das. Das, äh, Funfact, das machen die auch... Ähm, aber das heißt Funfact, aber, äh, in Auschwitz liegen dir auch Steine überall auf die Gräber und Co., um da irgendwie, ähm, Mitgefühl oder sowas zu zeigen. Genau, warum die das machen, weiß ich nicht mehr, aber es machen die sehr viel. Deswegen, wenn ihr da irgendwas mal besuchen sollt, schmeißt nicht irgendwo Steine runter. Das war ja, seid in der der Menschen. Hey, du hast mich verweigert. Hm. Aber die einzige andere Sache hier oben ist die Maschine in Inezuma-Klothing. Oh, could the memorial be for the machine? Perhaps it once performed some deed that merited a memorial. Hm. Ja, fuck this. Ich bin zu jung, um ein properer Gefühl zu haben. Traveller, der Rest von uns muss auf die Situation bleiben. Wahrscheinlich zu sagen, ich dachte, dass das Buch nur ein Prank war. Das ist was wir glaubten. Ich habe das so viel zu tun, aber wer würde eine Prank-Letter an ein Kind senden? Eine Buchung, die uns um die Mechanismen auf ein desertiertes Archipelago beherrscht. Das ist witzig. Ich frage mich, ob das nicht ein Kind von Trapp ist, in der Zeit. Wir müssen uns aufhören. Frau Barbara? Klee, was ist falsch? Du denkst, dass Dodo-King nicht mehr sehen will, Klee? Warum würde Dodo-King nicht mehr sehen, Klee? Dodo-Ko lief mich, und ich liebe Dodo-Ko, so Dodo-King kann niemals uns beperren. Das ist warum Dodo-King nicht mehr sehen will, Klee. Klee nicht will, ihn uns beperren. Hey, Klee. Do you know what this is? Es ist ein Harpastum. Ich habe meine große S... Master-Jean sagt, Klee immer wollte Harpastum spielen, richtig? Ja, Klee war nur über Ludi-Harpastum. Ich habe das Harpastum gemacht, besonders für dich. Jetzt, jeden Tag kann Ludi-Harpastum sein. Yay! Also, schau dich auf, Klee. Nachdem wir Dodo-King treffen, können wir alle helfen, ihn zu überzeugen, dich und Dodo-Ko zusammen zu lassen. Okay. Ach jetzt, wir müssen was finden. Ja! Lass es uns, Klee. Dieser Dodo-Jerk kann nicht immer schlafen. Auch wenn es 1.000 Jahre dauert und 1.000 Suchen dauert. Äh... Wir bekommen ihn. Ahem. Aber bis dann, lass uns einen guten Blick auf die Region. Auftrag abgeschlossen. Genau. Jetzt haben wir... Diverse Events. Und so weiter. Das heißt... Das werdet ihr dann alles... Schön... Im Stream sehen. Heute nicht mehr. Ah, heute war nur die Quest. Die ist vorbei. Deswegen... bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut Wind die Tiefe in seine Augen. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.